So, ich habe mir gerade die Haare noch schnell geglättet und dann wollen wir gleich raus und ein bisschen spazieren gehen und wir nehmen euch halt mit, wie unser Silvestertag so aussieht. Bis gleich. Ihr Lieben, wollen wir los raus? Ja! Was hast du da in der Hand? Anna. Das ist deine Anna? Ja! Kommt ihr mit? Ja! Da! Ja? Ja. Rastja, komm. Rastja, Schatz! Komm! Komm! Katze? Ja! Mama, Katze! Katze ist da? Ja! Ja, ich mach dir das drauf. Dings. Was Süßes. Dings. Ja! Dings. 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 Es ist so kalt, meine Hände sind eingefroren. So, die Kinder machen kurz eine Picknick-Pause. Nancy, was gibt es zu essen? Und was gibt es? Was ist das hier und das? Ja, was ist das alles? Apfel und Peintrauben. Hast du heute vergessen? Das weißt du doch. Schmeckt euch das? Wollen wir weiter? Mhm. Gut. 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 'm Eres ke so wir fahren jetzt nach hause schatz geht noch einkaufen und es ist richtig richtig kalt also wir haben uns alle ein abgefroren sind wir froh im auto zu sitzen und ja mal gucken was er noch einkauft ich weiß noch nicht genau dann bis gleich so ich mache jetzt mittagessen ja ich würde euch das einmal zeigen es gibt nämlich hähnchen stückchen und brokkoli mit nudeln und rotkohl und ofenkartoffeln die ofenkartoffeln sind noch drin ich zeige euch das war eben das heute noch das mittagessen zu silvester haben wir noch so einiges anderes gekauft und ja mein mann wird sich freuen der liebt das und dann mache ich natürlich alles in eine pfanne rein und dann vermische ich das und dann würde ich euch noch mal zeigen was mein mann so ungefähr gekauft hat der ist noch mal los und mir eingefallen ist dass ich noch muffins machen will und der ist jetzt noch mal schnell los gedüst und die kinder also die große weil sowieso die ganze zeit war jetzt die kleine wach man hört sie ja ein paar kleinigkeiten und man hat sich für sich eine cola gekauft ja dass die hat sich so gern strohhalme gewünscht und trinkt sie so gerne drauf und ja so ne ich weiß nicht wie die jetzt genau heißen für die kinder jetzt luft trüssel und ja und dann machst du was leuchten dass wenn die sich freuen ja berlin hat er noch geholt und pizza ist noch im gefrier und ja später werde ich dann heute noch ein paar andere sachen dazu vorbereiten obst heller und brot beschmieren gesundheit und dann stellen wir uns vielleicht noch was so essen ist fertig rotkohl kommt noch mit dazu so lecker da wird sich eben freuen wenn er gleich zurück kommt am feiern nanny zeig mal was du da hast ein zauberstab ja wow wie toll und noch ein zauberstab ja oh wie toll nassia möchtest du deine auch mal zeigen nassi zeig mal zauberstäbe na hast du auch zauberstäbe 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 das und das hast du das ist die zauberrei und das ist die zauberstab ja super zauberstab einstab wenn ich noch einen stär super kann ich noch eine zauberstab ich habe gerade die Mappels oben ich habe gesehen ich habe irgendwie keinen Speisestärke mehr und ich hoffe die werden jetzt noch was ich hoffe und ja ich mache jetzt gerade noch mit dem obstteller fertig und die berliner stehen da schon brot werde ich noch mal mit kaviar beschmieren und dann kommt noch pizza in den ofen und andere kleinigkeiten aber das zeige ich euch gleich alles noch mal wie gesagt die muffins sind fast fertig ich muss dann aber noch nicht noch mal eine zweite palette rein rein tun an muffins ich hoffe die werden was welche gesagt habe ich habe keine speisestärke mehr gehabt sonst habe ich immer mit speisestärke gemacht mit kirchen mit dinkelmehl und ein klacks nutella und ja und die berliner sind halt noch da und obstteller hat mein mann schon gemacht habe ich schon einiges weggefuttert und brot werden wir gleich noch beschmieren und ja gleich geht es weiter also wir machen uns heute ein ganz gemütlich und ich dachte mir heute werden wir noch irgendwas schönes gemeinsam spielen und dann einen film gucken ganz entspannt wenn die kinder mit gut mitmachen so 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 das wurde nachhol so So, das Essen ist fertig, die Berliner haben wir noch in die Küche gelegt, sonst essen die Kinder nicht. Ich zeige euch das mal eben. Ja, das natürlich darfst du, Schatz. So, ich zeige das mal. Danke. Das ist das mal, das ist das mal ausgestattet. So, ich zeige euch das mal. Wie sie verschontz. Die Mama ist nicht so schwierig. Ja, ich zeige euch das mal. Ja. Mama, du bist wunderschön. Oh, du auch mein Schatz. Ja, du bist wunderschön. Du bist wunderschön, mein Schatz.